Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captive Skyblock Part Nummer 13, Samuel Horst-Moritzki. Hallo! So, wir haben, ich habe schon geguckt, wir haben drei Inseln freigeschaltet, die wir jetzt erstmal abbauen. So, eine davon ist relativ weit unten. Ich denke mal, deswegen muss ich noch diesen Wasser einmal craften, damit wir nämlich jetzt hier... Haben wir eigentlich nochmal Wasser irgendwo? Nee, das ist unser einziges Wasser, ne? Eieieiei, okay. Ach, wir hätten das auch noch. Da unten, da, das können wir nämlich... Hier ist noch Wasser, bei den Kupferrohren. Ja, perfekt. Ach ja, stimmt, du hast recht, so. Du kannst schon mal die an... Hier ist noch eine Insel. Aber du kannst schon mal die Inseln, äh, Inseln. So, wir gehen hier runter. Ich kann die Inseln, Inseln. Ich kann die Inseln, Inseln. Nee, das geht sich doch nicht auf. Wartet mal, wir müssen hier, müssen wir ja bauen. Da unten ist die, nämlich, seht ihr die? Da kann man drauf. Das geht aber nur mit Water. Deswegen ist auch der Eimer so wichtig. So haut das hin, ja, das müsst ihr jetzt hin, oder? So, wir gehen mal runter. Das geht nicht auf. Soll ich Risiko gehen? Risiko, 3 zu 1 Risiko. Wir werden es herausfinden, jetzt. Oh. Ja, nein. Oh, eine Erz... Oh, jetzt wärst du ja auch hierhin teleportiert. Oh ja, wir haben Eisen, Lapis. Wir brauchen einen Diamant. Ja, Mann. Ist hier irgendwo ein Diamant versteckt? Was steckt hier drin? Ja, das könnte sein. Ich habe die Eisenspitzhacke nicht mitgebracht. Das war mir dann doch ein bisschen zu unsicher. Diamant in der Medell vielleicht? Nee. Ja, wir müssen eine Jukebox craften. Das ist eine, ich zeige euch die Aufgaben gleich nochmal. Nee, hier ist kein Diamant. Und Redstone. Hier ist Redstone. Hier ist nur Scheiße, Elina. Egal, wir haben noch zwei... Ups. Wir haben noch zwei weitere Inseln. Jetzt können wir zumindest verzaubern. Let's go up nach Rom. Wir brauchen nämlich Schnee. Wir brauchen den Akaziensetzling. Wir brauchen den Diamanten. Und wir brauchen Gold. Und keines dieser vier Dinge haben wir. Also muss das irgendwie auf den neuen Inseln sein, hoffe ich doch. Da ist Feini. Dem geht es noch gut. Dem Ehrenbruder. So, genau da ist eine Insel. Die schnappt sich Elina. Ich glaube, es gab noch eine dritte. Ich glaube, die war hier. Lass mich mal kurz... Leute, lasst... Alter, der Support ist so krank. Krizzel wird geschnappt. Achtung. Nice. Akazie. Nice. Abbauen die Butze mit unserer guten Spitzhacke, die wir durch dich haben. Warum sagst du mal Spitzhacke, wenn es eine Axt ist? Habe ich überhaupt nicht gesagt. Okay. Okay. Da habe ich den Coolfall gemacht. Gönn den Setzling. Ich meine, wenn das kein Setzling droppt... Alter, wieso baut sich der so schnell ab? So. Boom. Oh, noch einer. Was sollen wir machen? Den einfach platzieren, ne? Ja. Äh. Boom. Jawohl. Exotic Trees. Was hat uns das gegeben? Bohnenmehl. Knochenmehl. Was haben wir mit verdammt Knochenmehl, Alter? Können wir gar nichts machen. Wir brauchen halt, wie gesagt, immer noch... Ja, okay. Gut, wir haben noch eine Insel. Das muss ja dann die nächste sein. Also, da muss ja was sein. Da muss ja... Ich vermute Schnee. Ich hoffe, da ist Schnee. Ah, du rennst da hin. Du sprintest hin. Da oben, ne? Da. Go behind. Yo, yo. Go behind. Was ich eigentlich sagen wollte, aber dann abgelenkt wurde. Au! Was ich eigentlich sagen wollte, aber dann abgelenkt wurde. Die letzte Folge hat, glaube ich, nach... Was weiß ich, Alter, schon nach ein paar Stunden 20.000 Likes gehabt, Alter. 20.000? Ja, übel heftig, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe auch eigentlich angekündigt, dass das Finale jetzt hier ist. Schnee! Schnee! Dass das das Finale ist. Aber ganz ehrlich, bin mir ja nicht sicher, ob die Folgen schon das glaubt eher nicht, Alter. Es gibt, glaube ich... Dann ist es halt Finale. Und das ist ja trotzdem Finale. Hier, das sind alle Inseln. Guckt mal, wir haben jetzt schon drei, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben 13 Inseln. Drei, vier, sechs Inseln fehlen noch, Alter. Und die kriegt man jetzt natürlich auch nicht im Sekundentempo, ne? Sag ich mal noch. So, das wird ein Schneemann, aber safe. So, was gibt der Schneemann uns? Mit dem Schneemann kriegen wir... Snowboys? Sinnlos. Eins, zwei... Verdammt, Scheiße. Warte. Bumm. Schneemann. Schneebälle. Okay, aber die bringen... Also, ich hoffe, es gab jetzt auch eine Erweiterung. Sag mal hier jetzt. Ah, das gibt eine Expansion. Wir müssen zwei Types von Stone polischen. Polieren. Polieren? Dann hol mal die Poliermaschine raus, Alter. Gönn mir die Steine, Alter. Bam, 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 bam. Ich glaube, vier reichen. Kriege ich die jetzt nicht hier so? Poliert. Hab ein. Mach polierten Granit, aber zackig. Wie viel brauchen wir denn? Ja, du brauchst vier. Dann craftest du die einfach zusammen im Feld. Ja, vier ins Feld. Boom. Nee, mach nicht. Ich mach. Sonst backst du vielleicht wieder rum. Wisst ihr, was für Probleme wir am Anfang hatten? Ja. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Polizei. Wir haben hier aber auch die heftigsten Todesfallen gebaut, ne? Bist du denn? Ach, da bist du. Mann, Mann, Mann. Ich kann unterwegs mal hier Zuckerrohr mitnehmen. Zuckerrohr Linsky. So, ich hoffe, es gibt polierten Granit. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Ja, den gibt's. Bam. Juhu. Oha, Alter. Okay, jetzt geht's los. Okay, okay. Warte, warte, warte. Wir brauchen nach wie vor Diamanten. Wir brauchen nach wie vor... Das gab übrigens eine Erweiterung. Wir haben jetzt neue Insel. Wir brauchen Gold, Diamant. Wir brauchen rote Beete. Melonen. Craft any color of concrete. Beat. Ach du heilige Scheiße. Und ein Cookie. Alter, die Erweiterung war mega. Was haben wir denn jetzt? Eins, zwei. Ich sehe auf jeden Fall schon drei. Safe. Ja, dann mach du mal. Du bist der Insel, Mensch. Break the block. Boom. Okay, warte. Lass erst mal erkunden. Weil die muss ja... Ah, hier rote Beete. Siehst du? Ah, jetzt haben wir auch... Jetzt können wir auch diese zwei Tonnen... Hast du Knochenmehlmetall zufällig? Nee, hab ich nicht. Shit. Mh... Boom, boom, boom. Wir haben so viel Holz, Alter. Wir haben richtig viele Inseln. Fünf Inseln haben wir durch diesen... Walsch. Diesen... Wie viel brauche ich denn für rote Beete-Suppe? Einfach nur eine rote Beete und eine Holzschüssel? Oder wie ist das? Brauchst du nicht sechs rote Beete? Oh, sechs. Ich weiß nicht, sag du. Warte mal. Hier ist Eis. Das Eis brauchen wir aber, glaube ich, noch nicht. Eiscreme. Hast du auch gerade das Skelett gehört? Nein. Ich höre dann... Diamant, ich habe dir Diamanten, Alter. Ja. Elina, bist du denn besoffen? Wieso? Ey, der Hase ist dir... Das ist ein Killerhase. Hier ist... Ich sage Cookie. Okay, schade. Okay. Drei Goldkloppen, die nehme ich mal mit. Was können wir mal drin lassen? Goldapfel. Ja, ich war gerade bei den Diamanten. Abzubauen, Alter. Ich wollte es spannend machen. Ah, der wird beschützt durch das Skelett, Alter. Nee, das ist gar kein Skelett. Das ist ein Evoker. Oder die heißen... Ach so, ich sage... Wie hält denn der aus? Aber ich schlage ja auch die ganze Zeit mit der Schaufel zu. Oh, nein. Es ist ein ganzer Lut runtergefahren. Eieieiei. Ui, 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 ui. So, okay. Ich habe den Diamanten. Das heißt, wir können direkt die nächste Aufgabe schallern. Die Jukebox. Nice, mein lieber Schwan. Und die rote Beete-Suppe können wir direkt auch machen. Weil wir haben unendlich... Warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Alter, ich sehe schon kommen, dass wir mit richtig wertvollen Stuff runterfliegen. Oh, je. Ich glaube, damit brokest du auch die Map, Alter. Wenn ich jetzt mit den Diamanten runterfliege... Genau, damit kommst du gar nicht mehr weiter. Doch, ich glaube auch, ehrlich gesagt. So bist du eigentlich game over. Knochenmehl. Bam, 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 bam. Lego. Bam, 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 bam. Lego. Sechs meinst du? Ich habe jetzt... Sechs. Rote Beete-Suppe. Bumm. Blumen. Ah, diese Blumen brauchen wir für die nächste Aufgabe. Wir müssen Concrete in jeder Farbe bauen. Okay. Was war das Zweite, was ich machen wollte? Ah ja, Jukebox. Bumm. Bumm. Alter, was hat uns das gebracht? Äh, Flowers. Okay, das hat man. Re... Hast du eine Schallplatte oder wie? Nee, Record. Hm. Okay, weiß ich nicht, was das gebracht hat. Ist ja auch Schmurz. Gold haben wir nicht. Melon haben wir nicht. Cookie haben wir nicht. Ja, wir müssen jetzt dieses Concrete-Ding machen. Dann kriegen wir Glas. Was wir mit Glas machen können, was ich ehrlich gesagt habe, ist auch nicht an der Stelle. Du kannst ja mal gucken, ob wir neue Inseln schon haben. Nächste Insel! Bumm. Nice. Oha. Was ist denn das hier? Melonen. Kiste. Übelst viel Gold. Wir können goldene Karotte machen. Wichtig, sehr wichtig. Sehr schön. Melonen auch. Ich hoffe, ich habe mich auf das Gold konzentriert. Warte mal, was müssen wir mit Melonen nochmal machen? Eat nine Melonslices. Haben wir nicht. Scheiße. Wir müssen doch einfach nur kaputt machen. Ja, aber wir hatten nur einen und da kamen nur sie ihm raus. Oh, schade. So, dann pflanze ich hier ein paar Melonen an. Nächste Insel. Warte, 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 warte. Ui. Also, du kannst es schon hinbauen, aber bauen wir noch nicht ab. Ich bin schon hingebaut. Ach, das Wasser ist ja weg. Ach, du Heilige. Warte, ich hole noch kurz das Wasser. Äh, du stehst ja schon drauf, Alter. Ja. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich will erst noch die goldene Karotte machen. Dann haben wir nämlich direkt die nächste Challenge. Alter, heute geht es schnell, ne? Heute geht es richtig flott, Alter. Warte, mit Knochenmehl kann ich doch direkt die nächste machen. Äh, deswegen kriegt man noch so viel Knochenmehl. Ja, wir müssen aber trotzdem warten, bis die wachsen. Okay, schade. Äh, goldene Karotte. Wir haben doch hier, genau, habe ich eine Karotte nämlich schon gesichert, weil ich wusste, dass wir die benötigen werden. Boom. Muss ich die essen? Ich esse sie. Jawohl. Okay, nice, 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 nice. Okay, das mit den Melonen-Dingern. Wir müssen, ja, mach mal die Insel, mach mal. Ich sag Cookie. Cool. Wie macht man eine Cookie? Wie craftet, kann man den craften? Hey, ich habe eine Fortune-Pickaxe mit Glück zwei. Toll, sie liegt ja wirklich, ich bin so gescheuert. Er hat nicht gekillt. Hey, da liegt eine Spitzhacke. Ich sage, ich habe die mal schwer auf. Ich habe, glaube ich, nichts aufgesammelt. Das ist voll die Invasion. Ohne Witz, Alter. Wird sein, dass es schwerer wird, je länger wir weiter die kommen. Kommt irgendwie so vor, Alter. Weißt du, immer mehr Inseln werden, weißt du, dann können auch immer mehr Spawnen oder so ganz. So, der ist in 10 Creeper auf, der wollte mich über Wohle Linsky. Ich will nämlich an das Kakao, um den Cookie zu machen. An den Kakao. Und das Kakao. An das Hoteller. Alter, da sind 10 Creeper heute, was ist das für eine Insel? Alter, 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 holy moly. Ich mache konkrete Sprengung. Ui, 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 ui. Pass auf, gegen den Baum. Uah. Alter, holy moly. Nein. Ich hatte nichts Wichtiges dabei. Gib mal die Dinger jetzt, bitte. Oder Crafted unten. Schokolade. Alter, die ist ja inseln wiedergewachsen. Das war meine Kakaobohnen. Alter, 6 Melonen aus dem einen Ding kamen da gerade. Muss ich die essen? Ja, eat nine slices. Hast du Hunger gerade? Nee, ich mache das lieber. Wer weiß, was passiert. Ach so, ja. Okay, dann wie crafte ich ein Cookie? Cookie? In der Mitte links und rechts Weizen und in der Mitte Kakao. Mitte links rechts Weizen? Yeah. Mitte links rechts. Hä, wie Mitte links rechts? Was muss ich machen? Weizen. Eine Reihe. Alter, 8 Cookies kriegt man da auf einmal. Alter, aber die bringen nichts. Die sind ungefähr so nutzlos wie Beeren. Muss ich den auch essen? Du musst alles essen, Alter. Wer soll denn so viel essen? Ich habe nicht mehr Hunger, weil ich gestorben bin. Scheiße. Sonst hat man immer Hunger hier auf der Web. Cookie? Oh, Alter, ich habe ein Stack Cookies bekommen. Ich auch. Ich kann alle Cookies jetzt auch essen. Scheiße, ich komme da nicht raus. Was war das für ein Sound, Alter? Na, du Atze, Alter. Pass auf, pass auf. Ein Herz. Tot. Ich rechne dich. Wo sind unsere Waffen, Alter? Was für Waffen? Ja, die Waffen, die wir hatten. Waffen? Nein, wir haben Waffen. Das war Part Nummer 3. Wenn ihr wollt, dass wir einen weiteren Part machen und uns im Finale mit großen Schritten nähern, flankt den Like-Button und abonniert den Kanal. Bis morgen, euer Benson. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.